So geht heute weiter mit dem Zubersprung hier, los geht's. Nehmen wir mal ein anderes Auto. Willkommen zur heutigen Veranstaltung aus Okutama, Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Man darf bei der GRID World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. So, das Rennen hier bei der GRID World Series. Entschuldige, es ist gleich soweit. So, den Sprint hier. So, schauen wir mal an, was wir heute raus holen. Das wird ein langes Rennen. Viel Glück! Warte auf, wo wir das einrennen. Halt dich zurück! Hast du jemanden zur Weißglut getrieben? Hm, der hat keine Lust, um zu weitern zu lassen. PL, momentan, das ist tatsächlich ich. Kein gutes Ergebnis. Jeder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Wir sind vorbei jetzt. Da kann ich gerade, das ist das Wichtigste. Das sind drei Runden noch nicht. Das sehe ich jetzt gerade. Da ist die eine Runde mit 6. Ah, super. Okay. Ich dachte, wir haben so ein Sprintding. Aber scheinbar nicht. Äh, lass mal vorbei, Kollege. Das sind 6 jetzt. Ich küsse dich mal beide gerade kurz. So. Zweite Runde. Heißt gut mit. Jetzt fangen wir schon auf die 2-Pack-GT da vorne. Ich glaube, wir nehmen mal ein nächstes Rennen. Weil ich halt gut trauert zu haben. Weil die 2 Weine sind die, die mich das Leben nicht leicht machen. Boah, ja. Am Nervsten habe ich zumindest schon mal kassiert. Jetzt will ich nochmal kurz mit meinem kleinen Rivalen, ja? Okay. Das war mir fast klar. Deswegen mag ich die Strecke nicht, das ist natürlich nicht meine Strecke. Aber ich habe aber viel zu viel. Hat sie natürlich wieder beide vor mir jetzt. Das ist 유튜� справs. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal ab. Lo , was da? Das war mir immer gut. Das war ein. Ich habe mich sehr, was das drückt. Einen? Ich sage, was verstanden will ich. Ja, ich hoffe. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Naja, glücklich ist das geworden, Leute. Wir werden auch jetzt zurückfallen. Aber nicht über 2 Sekunden Höhe. Aber nicht über 2 Sekunden Höhe. Ach, da vermieden wir schon, wo ich wieder durchgefunden habe. Jetzt muss ich mich absetzen. Ja, vielleicht reicht es noch. Gerade so sind sie. Ja, aber da habe ich nicht dran. Doch, es reicht. Gerade so. Irgendwie haben wir es noch nicht bekommen. Oder wir haben keine Strafe bekommen. Nö, wir haben keine Strafe bekommen. Okay. Dann passt das. Gott sei Dank. Weil sonst wäre es... Doch, es hat uns gerade so gereicht. Yay. So. Dann habe ich das auch durch. So. 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 Gut. Und... Hiermit machen wir dann morgen weiter. So. 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 So.